herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der daily shop news vom zehnten zwölften 2009 10 wir schauen in den heutigen item shop rein und da haben wir nichts neues schade fangen wir einfach mal auf der rechten seite mit der pizza party an pizza pizza party very very cool very very nice finde ich sehr sehr geil das teil haben wir folgendes voting 4,38 von 5 bei 13 wo 22 23 september 2009 5 6 reminders letzten mal noch nicht so lange her soweit geht es mit der stacheligen streiterin ja finde ich jetzt inzwischen nicht mehr so ganz so cool weil wüste gibt es nicht mehr insofern naja haben wir hier 3,45 von 5 bei 56 wo zum 4. april 2009 10 10 mal 13 meine das letzte mal auch vor knapp einem monat im shop gewesen dann die stadex die beschlagene hacke standard picke inzwischen haben wir schon 100.000 mal drin gehabt und haben wir hier 3,99 von 5 bei 69 wo zum 13 juli 2018 das erste mal drin wir sind das 21 mal jetzt 106 9 reminder das letzte mal auch vor knapp einem monat im shop weiter geht's mit cactus pose finde ich richtig cool das teil wollen jetzt gleich gleich schläft sein gleich schläft so fast sein ne quatsch das ist ja t-pose wo sein schläft sorry fehler von mir bei t-post schläft sein cactus pose prickly pose haben wir hier 4,46 von 5 bei 13 votes am 13 mai 2009 10 reminder das letzte mal im shop auch vor knapp einem monat also richtig cooles teil so mega geil für 500 wie bugs richtig richtig cool haben wir hier 3,77 von 5 bei 43 votes am 9 april 2018 2018 das erste mal drin und 26 mal 54 minders auch vor knapp einem monat das letzte mal im shop survival specialist überlebenskünstlerin oder überlebenskünstler 1200 wie bugs cooles og teil haben wir hier 4,32 von 5 bei 68 votes am 5 november 2017 das erste mal drin gewesen 32 32 mal 120 reminders das letzte mal im shop vor 42 tagen so weiter geht's jetzt hier mit dem melkor den habe ich mir gegönnt er sofort nicht ich finde den relativ cool und das teil kostet 1500 wie bugs der melkor hat hier folgendes voting 2,98 von 5 bei 43 votes am 27 januar 2009 sind das erst mal drin gewesen das neunte mal ein reich wie meines jetzt mal im shop vor fünf tagen am 21 september war das glaube ich so ne quatsch oktober schon mal gucken so böser blick finde ich jetzt persönlich nicht ganz so cool für 1200 wie bugs evil eye hat hier 3,4 von 5 bei 25 votes am 27 januar 2019 das neunte mal 13 reminders 21 oktober war das so weiter geht's mit der sakria das ist ein richtig schöner skin gefällt mir sehr sehr gut sakria und haben wir hier folgendes voting 4,03 von 5 bei 266 wo es ist ziemlich krass am 11 januar 2019 das neunte mal 160 reminders letzte mal im shop vor 50 tagen am 21 oktober so dann sind wir damit auch soweit durch dann geht es weiter mit der himmlisch lackierung sehr schöne lackierung auch ein bisschen animiert hier gefällt mir sehr sehr gut für 500 wie bugs die wein hat hier folgendes voting 4,4 von 5 bei 15 28 april 2019 das ist man drin gewesen sechste mal 29 reminders und dann haben wir noch zu guter letzt hier die nein das habe ich einen fehler gemacht die virtuelle pick jetzt muss ich einmal nach links tugend 800 wie bugs wunderschönes teil hier ziemlich cool da haben wir folgendes voting 4,26 von 5 bei 53 votes 11 januar 2019 das ist das neunte mal vertreten das weiter geht es jetzt hier mit der wurst da ist die frische wurst für 1200 wie bugs gibt es dann auch hier diese würstchen kette haben ein gameplay jetzt oben rechts in der ecke verlinkt mit beiden wisschen kette und wurst gibt es in diesen zwei verschiedenen styles einmal so und einmal so und ja ich finde die irgendwie strange und trotzdem irgendwie witzig so da haben wir 3,3 bei 5 bei 20 schmutz am 9 november 2019 das ist das dritte mal elf reminders so dann haben wir noch gehen wir mal weiter zum letzten set für heute das ist hier agent des chaos sets da haben wir die chaos sind so mega geil das teil hier mit diesem coolen black effekt für 800 wie wachs echt echt sehr gut einmal 4,4 4 von 5 bei 16 wo 25 oktober 2019 das ist das vierte mal jetzt sechs reminders letztes mal im shop am ersten november das war glaube ich ein fehler wir hatten das war jetzt 4,7 9 von 5 entschuldigung 4,7 9 von 5 bei 19 wo 14 reminders sorry ja gut dann haben wir auch schon gesehen wie es mit dem anderen item aussieht hier mit dem schwarzen schleim sind auch so was hier richtig cool gefällt mir sehr gut für 500 wie bugs und dann kommen wir zu guter letzt noch zu dem chaos agenten agent des chaos man beachtet er hat nur drei finger pro hand hier schon sehr sehr strange agent des chaos ich finde den richtig richtig cool hat ihr von das voting 4,2 2 von 5 bei 27 schmutz am 25 oktober 2019 ist erstmal drin ist das vierte mal 40 reminders ja dann sind wir auch schon soweit durch hier mit dem shop es geht es noch mal zu der bewertung ja cactus post wackeln und so weiter frische wurst die wein himmlisch sehr 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 schwer jetzt hier eine entscheidung zu fällen also wir gucken einfach mal wie sieht es momentan aus wir haben 1000 320 lobitz 1131 ins mehr und 3065 hättet wenn läuft reicht es bei mir auch nicht ist das ganze für mich ein netz mehr ich gebe dem ding auch und hättet damit aber 3068 hättet wenn euch das heutige video gefallen dann lasst doch mal bitte einen daumen nach oben da schreibt was die kommentare aber nicht den kanal und schreibt es erstmal damit wieder heißt vor der die shop müssen wir haben gleich haut noch rein macht's gut laut moment benutzt unseren creator code wenn ihr uns unterstützen möchtet sofort du gleich steht tv und schreibt es jetzt mal wieder ein menschen da ist vor der die shop müssen wir ihr macht's gut duh shit bitte wir mal gleich wir mal dadurch wir mal 1988 wir malcaster